Cloud, alles as a service, a la carte sozusagen. Das hat sich in den letzten Jahren immer mehr durchgesetzt und ich möchte mehr zu diesem tollen Thema mit euch machen. Cloud wird für jeden Entwickler immer wichtiger, aber vor allem auch in der Security wird das Thema immer wichtiger. Und leider muss man sagen, ist Security häufig noch ein wenig zu kurz gekommen. Darum lasst uns hier mit den Grundbegriffen starten. Infrastructure as a Service, Platform as a Service und Software as a Service. Was ist das und vor allem, wo ist der Unterschied? Unterschiede. Eines kennt ihr vermutlich relativ problemlos schon jetzt. Das Konzept ist mehr oder weniger alt und ist der erste Schritt nach On-Site. Fangen wir doch also einfach mal mit On-Site an. On-Site heißt, ihr seid für alles selbst verantwortlich. Ihr habt das zum Beispiel alles bei euch im Keller stehen bzw. im Rechenzentrum in eurem eigenen, wenn ihr groß genug seid. Dann ist es On-Site. Das hört sich einfacher an, als es ist, denn wir reden hier nicht einfach davon, sich einen kleinen Server oder einen Raspberry Pi in den Keller zu stellen, sondern wir reden hier von, klar, erstmal einem Server, der genau euren Bedürfnissen entspricht. Dann kommen da oben drauf aber noch Speicher, den ihr vernünftig absichern müsst, also mit Backups und sinnvollerweise auch im RAID gesichert. Ihr müsst daraufhin das Networking einrichten, falls ihr mehrere Server habt und im besten Fall solltet ihr euch auch darum kümmern, dass ihr für alle Kunden gleichermaßen erreichbar seid. Das heißt, ihr braucht nicht nur hier bzw. in Frankfurt in der Nähe des DZX einen Server, sondern überall dort, wo eure Nutzer sind. Okay, das ist eine solide Lösung, denn immerhin habt ihr alles unter voller Kontrolle. Ihr seid in der Lage, Software zu verwalten, Betriebssystem, Virtualisierung, alles. Aber ihr seid eben auch verantwortlich für alles. Dafür eben. Patches, Verwaltung, Monitoring, Ausfälle, Denial of Service, das müsst ihr alles selbst machen. Und falls mal eine Festplatte mitten in der Nacht ausfällt, müsst ihr auch das selbst machen. Deutschland ist großer Fan von On-Site und aus Datenschutzperspektive macht das alles auch komplett Sinn. Allerdings traue ich mir als Einzelperson, die vielleicht auch mal ein Wochenende lang weg ist, nicht zu, immer alles perfekt zu verwalten. Weshalb sich für kleinere Betriebe immer mehr herauskristallisiert hat, dass On-Site eher selten sinnvoll ist. Klar, als Privatperson, wo es auch mal nicht so schlimm ist, wenn etwas ausfällt, ist das völlig in Ordnung. Aber sobald andere von euch abhängen, wird es unschön. Als Standardbeispiel sage ich mal ganz kurz der Heimmatrix-Server genannt, der von eurer ganzen Familie genutzt wird. Fällt der aus, kriegt ihr vermutlich nur genervte Nachrichten von allen aus der Familie. Hängen da aber vielleicht noch tausend zahlende Kunden dran, wird das ganz schön schwierig. Denn auch Availability, also Verfügbarkeit, ist ein Schutzziel der IT-Sicherheit, ihr erinnert euch. Viel mehr Sinn macht daher häufig die IaaS, die Infrastructure as a Service. Dort mietet ihr euch einen Server in einem Rechenzentrum. Das heißt, ich kann angeben, dass ich genau 5 Server brauche mit genau dieser CPU, genau dieser Menge Speicher und in dieser Region. Und alles andere wird für mich gemacht. Einzig natürlich das, was ich auf dieser Infrastructure laufen lassen möchte, muss ich selbst verwalten. Darunter fällt dann auch oft, welches Betriebssystem ich habe, welche Software draufläuft etc. Sprich, jemand anderes übernimmt das Bereitstellen von Hardware, das Austauschen von Hardware oder von Festplatten zum Beispiel für euch. Das ist der erste Schritt sozusagen Richtung Cloud. Und ja, das ist schon lange völlig normal. Meine Website lag actually noch nie bei mir im Keller. Um ehrlich zu sein, will ich das auch gar nicht. Mein Keller ist leider alles andere als ausgebaut. Ich habe da glaube ich nicht mal Strom liegen. Unpraktisch, ihr versteht schon. Der Vorteil davon ist nämlich, ich kann meine Infrastructure so buchen und bezahlen, wie ich sie brauche. Ich hoste ein Event, dann gibt es eben mal ganz kurz da vorne einen stärkeren Server. Event vorbei, dann downgrade it is. So lassen sich Kosten und Nutzen viel, viel besser verteilen. Bei vielen Hostingdiensten geht das auch mittlerweile schon mit einer API. Das heißt, ich kann das programmieren und kann das damit dann vollkommen automatisieren. Also, wenn ich ein Event plane, wirklich einfach nur ein paar Requests an die Website schicken und schon habe ich einen stärkeren Server. Ihr kennt das Paradigma von DevOps im Endeffekt. Alles muss in Code. Doof ist aber leider, dass die Ressourcen häufig geteilt werden. Das heißt, ihr mietet euch einen Server mit 8 Kernen und jemand anders ebenfalls. Gut möglich, dass ihr auf demselben Server mit 16 Kernen landet. Und leider ist je nach Implementierung hier definitiv zu spüren, wenn zum Beispiel der andere gerade mehr Last auf dem Server hat. Das kommt aber stark auf den Anbieter an und natürlich auf die Implementierung des Anbieters. Nächster Schritt wäre dann also Platform as a Service oder P-A-A-S genannt. Bei PaaS, ich werde es jetzt einfach abkürzen, hostet ein Anbieter die Hardware und die Software in seiner Infrastruktur. So, dass man sich als Endnutzer noch weniger kümmern muss. Diese mehr oder weniger fertige Lösung bzw. der Lösungs-Stack wird dann also gemietet. Das heißt, man schreibt seine Lösungen, seine Apps, seinen Code, aber lässt den Anbieter die Software dahinter verwalten. Die Updates, die Hardware etc. Vielleicht als einfaches Beispiel. Wenn ihr euch einen WordPress-Server erstellen wollt, könnt ihr das zu Hause hosten. Das wäre on-site. Ihr könnt den Server mieten und WordPress drauf installieren. Das wäre I-A-A-S. Ihr könnt aber auch einen Managed WordPress-Server haben, den ihr am Ende nur noch mit Inhalt befüllen müsst. Sozusagen über das Admin-Dashboard. Der Rest bleibt beim Anbieter und das ist P-A-A-S. Ihr müsst euch immer noch selber drum kümmern, was auf eurer Website angezeigt wird. Ihr müsst euch immer noch drum kümmern, dass der WordPress-Server gefüllt wird. Aber WordPress wird von eurem Hoster verwaltet. Das Beispiel hinkt ein bisschen, das kann ich durchaus verstehen. Denn normalerweise erstellen die Cloud-Anbieter dann eher ein Framework, welches ihr bei euch integrieren könnt. Also ehrlichere Beispiele zum Beispiel sind dann von AWS Elastic Beanstalk zum Beispiel. Oder Heroku oder Red Hat OpenShift. Ihr müsst euch damit also im Hintergrund null darum kümmern, dass eure Server skalieren. Ist euer Server zu ausgelastet, könnt ihr einfach bei euch einstellen in den Settings, dass automatisch mehr Leistung hinzugebucht wird. CDNs, automatisiertes Deployment, Load Balancing. Das sind alles Themen, die für euch dann übernommen werden. Und bei eAAS kann sowas echt nervig sein, wenn ihr das viel machen müsst. Das ist im Endeffekt nochmal eine Abstraktionsstufe mehr gegenüber eAAS. Logischerweise ist es aber auch euch selbst überlassen, euch um die App an sich zu kümmern. Die Datenbank etc. Der nächste Schritt, wer kann es erraten, was müssen wir denn noch selbst machen? Richtig. Wir müssen noch drei Dinge selbst machen. Datenbank, Frontend und Backend-Logik. Und hier kommt das Bars ins Spiel, was ich eingehend nicht mal erwähnt hatte. Denn es wird insgesamt seltener definiert. Das Backend-as-a-Service, also Bars, stellt euch viele Funktionalitäten einfach als Standard schon zur Verfügung über eine API, ohne dass ihr euch drum kümmern müsst. Natürlich zusätzlich zu den Funktionen von eAAS und PAS. Der berühmteste, aber bei weitem nicht der einzige Anbieter ist Googles Firebase. Hier lässt sich ein Backend erstellen, das für euch zum Beispiel automatisch Push-Benachrichtigungen erstellt, Social Network Integration bereitstellt, euer Speicher wird zu klein, dann wird der automatisch hochskaliert, Nachrichten und Chat-Speicher werden als Logik schon bereitgestellt und so weiter und so fort. Natürlich Benutzerverwaltung, Analyse-Tools, all das wird euch abgenommen. Die Datenbank wird also vollkommen automatisch gemanagt und natürlich könnt ihr das, was nicht abgedeckt ist, auch noch von Hand nachbauen. Nicht bereitgestellt wird selbstverständlich das Frontend, das ist ja im Endeffekt immer noch eure App. Das ist zumindest die Idee dahinter. So, was bleibt dann noch? Okay, wir hatten jetzt alles außer SaaS, Software as a Service. Und genau das kennen wir alle schon. Hierbei handelt es sich um Third-Party-Software im Endeffekt und ich möchte abschließend nochmal ein Beispiel geben, das hier alles beschreibt und umfasst. E-Mail. Hier machen wir den Top-Down-Ansatz. Ihr habt vermutlich schon mal von Gmail gehört. Vermutlich, wahrscheinlich schon häufiger. Das ist eine Website, die euch den Dienst E-Mail zur Verfügung stellt. Die Server liegen in der Cloud. Der Dienst ist also quasi Serverless. Aber auch das Frontend wird euch zur Verfügung gestellt und im Hintergrund wird natürlich alles für euch gespeichert. Es ist daher SaaS, Software as a Service. Gehen wir eine Ebene drunter auf Bars. Dann wäre das alles außer Frontend. Sprich, ihr habt eine Nutzerverwaltung, nämlich die von Google. Könnt dort dann eben eure E-Mail-Konten hinzubuchen. Zum Beispiel in Google Workspace. Aber ihr braucht eine App oder Thunderbird oder sowas in der Art, um die Mails überhaupt sehen zu können. Habt ihr ebenso eine eigene Nutzerverwaltung, sind wir bei Paas. Ihr müsst selbst E-Mail-Adressen anlegen, Nutzername angeben und Passwörter verwalten. Aber wenn ihr jeden Tag 100 Nutzer mehr habt, interessiert euch das nicht, weil euer Server automatisch hoch skaliert. Bei eAAS habt ihr keinen Mail-Server mehr, sondern nur noch einen Server. Und dort müsst ihr dann von Hand wirklich selbst den Mail-Server installieren, patchen, verwalten etc. Und habt ihr auch das nicht mehr, habt ihr einen eigenen Server zu Hause stehen, auf dem ihr dann alles selbst installieren müsst und auch alles inklusive der Hardware selbst verwalten müsst. Ihr seht also, eigentlich sind wir schon lange mit Cloud vertraut. Aber daraus etwas Eigenes zu bauen, ist gar nicht mal so leicht. Aber wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst es mich wissen. Solltet ihr schon erfahren sein in diesem Thema zum Beispiel oder aber vielleicht in einem anderen Thema und wollt mehr über Cloud erfahren, dann könnt ihr euch schon tatsächlich heute auf einen Job bewerben. Und hier möchte ich nochmal auf meinen Partner Gatenight verweisen. Die bieten euch genau dafür eine SAAS, wenn ihr versteht, was ich meine, eine Software-as-a-Service. Ihr könnt euch dort vollkommen gratis registrieren und natürlich euer Profil ausfüllen mit euren jeweiligen Kenntnissen im Frontend. Habt ihr dann auch noch euren Lebenslauf eingetragen, dann geht es auch schon los. Und es werden wahrscheinlich zig Firmen sich bei euch melden, denn die Welt sucht derzeit Informatiker wie sonst eigentlich nur Pflegekräfte. Und sind wir mal ehrlich, Informatiker werden tatsächlich deutlich mehr wertgeschätzt. Zumindest habe ich das Gefühl. Ich wünsche euch also viel Erfolg bei der Jobsuche, wobei ihr ja nicht mal sucht. Daher viel Spaß beim Anfragen bekommen und bis nächste Woche. Dann schauen wir uns nämlich mal an, was es für Anbieter in der Cloud so gibt. Bis dann.